Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Core Island. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Nein, oder war das... War das... Heute findet... Ah, das ist erst heute. Okay. Erst heute ist das fest. Wann war das? 19 Uhr, 17 Uhr? Steht hier nicht. Kein nichts in der Post. Okay. Ist das hier fertig? Geht sich das nicht mehr aus? Das wäre blöd. 28. Heute ist der letzte Tag, ne? Das geht sich halt nicht aus. Mist. Das hier ist fertig, oder? Ja, lol. Kann ich? Habe ich? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch so einen Roboter? Hier. Hier. Bau ich einfach. Dann speiche ich mir das hier so ein bisschen. Den reiße ich ab. hier wäre genau die mitte des gebäudes und hier mache ich das zeug hier sieht man das nicht so aber man sieht wenn was fertig ist und ich baue mir jetzt noch zwei so mauerstücke und da was fällt das hier stein 1 2 perfekt perfekt das sieht nach was aus ok das geht hier leider nicht hier ginge das ich lass das so ok drüber und es ist bald frühling natürlich hab dich lieb ja ist klar automat ein paar eier dann hier milch muss auch geerntet werden danke hier auch sehr wichtig die hühner besten hühner der welt die schweine brauche ich gar nicht nachschauen da bekomme ich nichts so ein ei muss ich ja abgeben und wer weiß vielleicht brauche ich die verarbeitungs dinge später mal ich packe die mal hier rein und hier mal so bisschen tee hier auch käse ja gar nicht mehr wird verkauft obwohl ich hätte da gleich den käse reinpacken können auch egal so das will ich noch bei der göttin abgeben okay das wird richtig coleb geben wo bist du so müll kann ich das bisschen recyceln aber da geht nur eins ok ja das ei bei der göttin gebe ich gleich ab das war hier oder ja hier ist eigentlich unwichtig trüffel kriege komme ich später früchte sollte ich gleich nachschauen habe ich vielleicht wieder insekten ja ja ein koi wäre toll und das hier seewels das heißt wir müssen echt oh ja da kann ich den reinballern hm so sollen wir hier kurz versuchen so ein koi zu fangen oder seewels hätte ich gern würde mir spaß machen ganz weit raus einen schönen seewels wäre jetzt toll würde mir schmecken oder ein koi aber ich glaube nicht dass der hier ist oh oh ich habe nicht aufgepasst so ein tölpel yes ich habe ein tölpel leute hm hier ist ja auch noch so ein steg hier das lädt halt schon richtig ein zum angeln diese kleine brücke auf diese insel komm seewels schnipp schnapp so komm easy peasy okay der kämpft ach wieder der blau rücken lachs oder was das ist den brauche ich nicht Das ist ein entspannter Stream. Selten so. Der ist so hässlich. Vielleicht im tieferen Gewässer? Hier ist er sehr flach und sehr offen. Ja, ein Lachs. Hier vielleicht. Hier ist ein bisschen versteckter. Da drüben packt es ein bisschen rum. Genau hinter meinem Kopf. Nein, ich... Ich habe nicht aufgepasst. Genau auf den Stein. Das Einzige, was ich da angle, ist ein Frosch vielleicht. Okay. Buntbarsch, ja. Buntbarsch am... Asch. Hm, hm, hm. So, komm. Ja, schon wieder so ein Buntbarsch. Hier. Hier sehe ich halt nichts. Sieht aber spannend aus. Da kommt er. Ist Müll, ne? Ist ja toll. Hi, Oma Wichmann. Guten Abend. Alles gut bei dir? Komm, bei's an. Ich hau kurz rein. Kein Ding. Okay. Hart läuft's nicht so mit dem Fischen. Ja, immer wieder der gleiche. Gut. Habe ich jetzt zwei gefangen? Das wär's. Ah, das könnte ich... Ich hab noch Zeit. Bisschen scannen. Hm, hm, hm. Bin nicht... Infekt. Ah, okay. Gute Besserung. Ah, den Kopf hab ich schon. Das auch. Ausruhen und genießen. Hässlicher Schneemann. Äh, wart kurz. Hier. Kriegst trotzdem ein Geschenk. Willst du auch einen? Sekten? So lieb, ja. Gerne. Da, Oma. Kriegst auch bei Insekten. Ihr liebt ja alle aus irgendeinem Grund Insekten. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. So, äh... Habe ich schon abgegeben? Habe ich auch? Okay. Der Kopf ist neu. Okay. Fällt mir erst jetzt auf. Äh, ja. Nee, das... War schon richtig. So. Ah, da geht jetzt kaum noch was weiter. Was denn? In den Inseln? Okay. Ja, ja. Gibt auch Sinn irgendwie. Sind Proteiner. Billige Proteiner. Daher habe ich das aber auch. Das habe ich mal gesehen. Und wollte ja auch Insekten probieren. Und die sind nicht schlecht. Also Heuschrecken zumindest. Und Megelbürmer. So, aber das... Ja. Auf einer Insel ist halt Fleisch eher schwierig. Ähm, die Anbauplechten für Fleisch sind halt wesentlich größer als für Insekten. So, das hier abgeben. Ah, den Tölpel. Könnte ich auch. Habe ich noch Köder? Ja, ein bisschen. Dann gönne ich mir jetzt noch schnell hier drüben. Mit der Angel. Ich hoffe, ich fange da jetzt irgendwann mal ein Koi oder sowas. Ah, den Schmetterling hätte ich gern. Kann ich hier... Ganz kurz. Kann ich hier was bauen? Was brauche ich dafür? Beliebiger Honig. Oh, okay. Ich muss Honig herstellen. Das dauert noch ein bisschen. Ich brauche Blumen. Blumen für Honig. Ich esse lieber Gemüse. Ja. Auch gut. Bei mir gab es vorgestern Tofu mit Sesam-Tofu. Richtig geil. Abgebraten. Muss man halt aufpassen, dass es nicht zu trocken wird. Aber es ist richtig gut. Wenn man Vegetarier ist. Ich passe gerade ein bisschen mit meiner Ernährung auf. Wenig Fleisch. Besser gar keins. Und auch wenig Zucker. Das ist eine krasse Umstellung. So. Tofu ist super. Ja, aber Räuchertofu. Der normale Tofu eher nicht. Aber Räuchertofu ist episch, gell. Okay, ja. Nur ein bisschen. Hier. Kriege ich hier vielleicht noch irgendwas raus? Irgendwas Wertvolles? Bitte, sieh. Gib was her. Hm. Ah, der kämpft nicht wirklich. Was bist du? Ja, eine Seegurke. Ja, komm. Lassen wir das. Ich brauche auch ein bisschen Hartholz. Mir geht es ein bisschen aus. Kein Zucker, kein Fleisch. Okay, krass. Ja, für mich ist das gerade eher so eine harte Umstellung. Jetzt eher bei mir ist es jetzt nicht aus gesundheitlichem wohl doch aus gesundheitlichen Gründen. Weil ich gerade mal schaue, wie das mit meinem Diabetes so ist. Seit wann ist hier eine Brücke? Ist hier nur im Winter? Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Hm. Oder ich schaue gerade wegen Diabetes. Ich teste jetzt gerade jeden Tag. Hatten wir ja gerade erst in der letzten Folge eine Million. Hm. Aber das ist ein schöner Rucksack. Hätte ich gern. Hm. Ah, okay. Ja. Gesund leben einfach. Dann bleibt man gesund. Klingt einfacher, als es ist. Es gibt so viele Verlockungen. Okay, hier ist ja gar nichts. Oh, hier ist was drin. Gottesanbeterin. Hier ist nichts. Ich sollte auch oben mal Insekten checken. Hier. Weil hier weißt du was? Ich mach doch mal. Ich bin gerade überall. Hier habe ich noch keine Insekten gefangen. Ich weiß auch nicht, was hier sein soll. Das wird wahrscheinlich später noch irgendwas. Hm. Okay, Tausendfüßler. Habe ich? Ach ja, stimmt. Das wollte ich noch machen. Ist ja ein Neujahrsfest. Oh, du auch hier? Ich stehe in dir. Lass es euch schmecken. Genießt den Tag. Tombola. Hier ist nichts. War hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann mach ich mal hier. Was ist? Alge. Kohle. Kohle. Blumenstrauß. Ja, Gold wäre cool. Pinker Diamant habe ich leider schon. So, Outfits. Flip-Flops. Okay. Dann, let's go. Was bekomme ich? Flip-Flops. Danke. Äh, was? Okay, was kriege ich jetzt? noch mal? Ja, Kekse. Ja, kann man essen. Was jetzt? Hm? Hm? Irgendwas tolles. Okay. Habe ich jetzt eigentlich nur Blödsinn bekommen, oder? Das ist doch nur Blödsinn hier. Wo ist denn eigentlich meine Geliebte? Ich seh sie grad nicht. Da bist du. Ellie. Okay, nee. Hier auch nicht. Hier oben. Oh, Shop. Ich weiß ja nichts. Nö. Sieht lecker aus, aber nö. Ah, da. Hallo. Du siehst heute Abend gar nicht übel aus. Ja, in meinem Hühnerkostüm seh ich knackig aus, ne? Oh, Lukas, bist du für die Aussicht hier? Auf die Affen? Ja. Sie ist wunderbar, glaub, glaub mir. Ja, wunderschön. mit Zweisamkeit, wir sind alleine. Hast du Lust zu knutschen? Ich kann hier wahrscheinlich jetzt nichts geben. Habe ich zufällig? Habe ich zufällig? habe ich gar nicht dabei. Ups. Dann, schönen Tag noch. Schöne Aussicht. Ciao. Minispiel. Lass Ballons nicht auf den Boden fallen. Üben? Ballons nicht auf den Boden fallen lassen? Er ist dran? Okay. Nein. Nein! Ich bin doof. Okay. Nein! Ach, komm. Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Es ist mit der Steuerung blöd. Belohnung? Was kriege ich dafür? Ah. Ja, hätte ich gern. Let's go. Ah, es gibt einen Wettkampf? Okay. Archie? Wir zwei? Erleuchtet der, wenn ich in Reichweite bin? Nein. Ah. Okay. Okay. Nein. Ah, ich hab's noch geschafft. Nein. Nein. Fertig. Aber ich hab gewonnen. Ultra spannend gerade. Oh, Archie ist raus. Interessant. einer wieder rum. Okay. Uh. Nein. 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 hat das ein bisschen mit strategie zu tun hier nein ist okay geschafft jetzt das finale okay das habe ich letztens gar nicht gespielt oder im ersten so rüber ok rauf ok Okay, das schafft er nicht mehr. Obwohl, ja. Fertig. Aber ich habe gewonnen. Oder? Fortfahren? Hä? Habe ich verloren? Keine Ahnung. Ups. Okay, äh. Wo ist denn der Bürgermeister? Da, Bürgermeister. Ja. Na komm. Let's go. Ach, schön. Bum, bum. Dass sich die Affen nicht erschrecken und die Raketen aus dem Wasser kommen, ignorieren wir jetzt mal ganz schön. Das muss ja schrecklich für die Affen sein. Die armen Tiere. Okay. War ein schöner Tag. Das passt auch gut. Es ist schon spät. War ein anstrengender Tag, Luna. Hab dich lieb. Sieht glücklich aus. Was ist morgen? Morgen ist endlich Frühling. Endlich. Schön. Sehr viel Geld. Das heißt, wir können sehr viel Saatgut kaufen. Gut. Spiel gespeichert. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Lasst die Glocke nicht vergessen. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr und auch nicht mehr andere Folgen. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Ciao, ciao.